Wir sind in der Lucht, ich bin noch 90 Grad, aber ich gehe in den Aufwärtsland über Kreuz mit dem Ehrlöbel bei der Knei. Insgesamt 20 Mal. Wir sind in der Lucht auf die Rechte Knei, und dann geben wir mal einen linken Niel bei den längsten Knien. Also nicht in der Kreuz, wenn die selbeste Zeit. 10 Mal! Genedertal, wenn ich mir die anderen Seite 18 Mal. Die längsten Beine noch oben gestreckt und dann geben wir einfach die Kreuz mit der Rieser Hand den Fuss-Bausen 10 Mal bereiten. Und dann der selbeste 10 Mal die einer Seite. Die Fuss an der Lucht, die Beine auf 90 Grad, dann gehen wir mal mit dem Rieser Niel bei den linksten Knien, aber gleichzeitig strecken wir das linksbein, so dass es noch beim Bödem ist, aber der Bödem nicht bereitet. 10 Mal! Und dann noch nähst du das selbeste 10 Mal die einer Seite. 1 1 1 2 3 3 4 5 Tänzige Kreide sind an dem gestreckt, sodass die Bizeps handeln und an der Position zehn crunchen. Rättsbehen gedirbelt, linksbehen an Rättsbehen gestreckt und da kommen wir über Kreide zusammen, zehnmal. Andern hat er auch nicht das selbe ist die einer Seite zehnmal. Am Platz für einen normalen Crunch machen wir eine kreisförmige Bewegungen im Overcap, fünfmal in die andere Richtung und fünfmal in die andere Richtung. Musik 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 Mit Facing würde man die Beine gedirbelt und dann lassen wir die Beine nur längst auf die Seite einfach umfallen und dann an der Position werden wir normal crunchen. Dann beendet ihr jetzt seit einem 10 Wiederholungen. Aufwärts in die Wachkeits, ihr lieber bei den Knie bringen ohne die Feis abzusetzen. 20 Mal. 20 Mal. 20 Mal. Wir stellen uns auf den Inneren auf, wir drücken den Inneren direkt fest an der Bühne, dann helfen wir bei der Bühne nur bei der Bühne und wir kommen zurück 10 Mal. Bis zum nächsten Mal. Nur der zängte Bewegung lassen wir den Bühnen viel gestreckt, aber eine schähe Bewegung, 20 Mal. Und dann kommen wir los mit gestreckten Bühnen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.